Wir zeigen dir heute, wie du den Faden in die letzte Masche einer Runde einhekelst. Also in diesem Fall, hier dieser Faden, der grüne Faden, in die letzte Masche mit einhekelst und nach oben führst. Dazu bildest du ganz normal in die letzte Einstichstelle deine Masche, in diesem Fall hier ein halbes Stäbchen, einen Umschlag machen und in die letzte Einstichstelle einstechen. Jetzt den Faden der nicht benötigten Farbe holen und über die Nadel legen und mit den Fingern gut fixieren. Und wieder mit der aktuellen Farbe, hier Elfenbein, ganz normal die Masche bilden, in diesem Fall, wie gesagt, ein halbes Stäbchen. Die Runde schließen, dazu in die erste Masche der Runde einstechen, eine Kettmasche bilden und eine Luftmasche häkeln. Jetzt kannst du ganz normal in Runden weiterhäkeln und hier auf der Rückseite ganz gut zu erkennen, der grüne Faden, der nicht benötigten Farbe, wurde hiermit eingehäkelt und kann somit nach oben geführt werden. Diesen Vorgang kannst du dann immer am Ende deiner Runde wiederholen und somit den Faden weiter nach oben führen. Vorgang kannst du ganz normal in Runde wiederholen und wie gesagt, Vorgang kannst du ganz normal in Runde wiederholen und wie gesagt,